In die oberste Etage, benutzt Design-Rundshops zu zählen, ich gebe auf Deckung, los jetzt! Da geht's nicht weiter, wir sind zu fähig, das geht schon! Volker, lass uns ausferschen! Okay. Feind ausgeschaltet! Kendo am Boden! Los, mach's jetzt endlich mal fertig, diese miesen, blöden Pesten-Gerichten. Vorsicht! Vorsicht! Sonst noch wer? Oh! Alter! Stirb jetzt da oben, ihr blöden Arschlöcher! Ratatatatatatatata! Du auch noch! Das ist mir jetzt scheißegal. Es wird einfach noch draufgehalten. Na los, zeigt euch hier! Er ist angeschützt! Na los! Wo seid ihr? Okay, weitgehend zauber. Was ist unsere Chance? Los! Habt das rein! Na los! Achtung, trinke die Ruhe! Schalt sie auf! Er ist angeschützt! Jetzt gehen wir mal in die Luft und dann ist Ruhe hier. Zack, weg ist er. So, erledigt. Arschloch! Mach ich schon! Kein Problem! Okay, dann habe ich den Füßen und den Beinen weggeschossen oder so. Keine Ahnung. Da kommt noch einer. Der ist down. Ich seh keinen mehr. Okay, ist down. Stirbt allesamt. Okay, ich weiß noch nicht, was ich gerade abgeballert habe, aber ich habe irgendwas abgeballert. Ich habe einen Kollegen abgeballert. Ja, sind beide down. Scheiße. Fuck, jetzt kann man den ganzen Rotz nochmal machen, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Vor allem, weil deren Kugel anscheinend tausendmal schwächer sind als unsere. Also von Lugo und dem anderen Typen. Als von uns jetzt. Weißt du, weil die können draufratzen. Ja, alles nochmal. Das ist doch nicht nötig, Leute. Und hört das endlich auf. Och, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier hören, Burge. Wir werden das gar nicht verdammt. Wir müssen in die Oberstelle tagen. Aber lass die Seilrutschen aufzupählen. Ich gebe euch nur. Los jetzt. Leute, ich sitze noch nicht direkt einfach da oben, dann ist gut. Oh, es stirbt halt. Stopp, stopp, stopp. Das nur, weil ich eben gerade außerdem einen unserer Leute gegrunt habe, ey. Was heißt unter schwerem? Ist auch ein leichten Beschuss. Was ist er? Da ist er. RPG ist down. Okay, down. Bin dran. Nein, 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 nein. Das ist der andere jetzt. Es ist heiß gelaufen. Okay, ihr seid erst mal sauber. Verdammt. Ich bin unter schwerem Beschuss. Ach, das sei. Verschluss. Wir brauchen was, um sie zu sprengen. Vielleicht ein von den RPGs. Das würde funktionieren. Orka, gib mir einen Feuerschuss. Okay, ich sehe keinen mehr. Skipp ihn. Skipp ihn. Das war knapp. Es ist eh kein mehr. Ja. Ja. Wir brauchen wieder eine Wehding, Gap in Hocht. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen uns weiter. Ich bin dran. Alles cool, ich hab's alle im Visier. Von hinten. Los, wir müssen es schon aufhalten mit. Sind sie jetzt oben, oder was? Ich bin ja schon weg. Oh, Leute. Und es geht gleich weiter. Pfff! Noch nicht mal Soldat. Sie können nicht... Ich kann machen, was ich will. Das Arschloch im Radio. Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es. Der wird beschützt. Den kriegt er nie. Unser Problem. Nicht ihres. Von da. Oben im Trans-Emirates Building. Lugo, wenn wir's da hinschaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massen-Evakuierung? Sofort. Wird nichts zu evakuieren geben. Wie bitte? Denken Sie nach, Captain. Wir sind hier in der Wüste. Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer... Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Sobald geht die Zeit aus, Gentlemen. Los geht's. Weißt du? Dach mit 5000 Satelliten. Das kannst du nur deutlicher machen mit nem Neonschriftzug. Der kümmert sich um den DJ. Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger. Wir klauen ihm sein Mikro. Drei wie wir gegen nen Fettarsch mit dem MyPod. Das macht mir keine Angst. Man muss mit allem rechnen, Adams. Anpassen und gewinnen, Mann. Hey, alles was nötig ist. Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden, über die Dächer. Es dürfte der direkte Weg sein. Das klingt sehr gut. Langsam. Da kommt ein Heli. Ich glaub nicht, dass der uns sucht. Wir werden mal was Neues. Gehen wir hin? Zum Punktturm höchstwahrscheinlich. Verstärkung. Toll. Das hat uns noch gefehlt. Hey. Sei doch dankbar. So bleibst du in der Übung. Tja, die versuchen noch irgendwie den Witz da rauszuziehen. Nein. Nein. Ja. Das klingt nach Scharfschirr. Ziemlich nah dem Sound nach. Seid vorsichtig. Gibt's. Und wieder Unruhen. Die scheiß Zivilisten drehen durch. Ja, wie beim allerersten Sturm. Alles für die Kars. Wer nur sagt, wir bauen alles wieder auf. Wozu denn? Ich hab keinen Schalldämpfer. Ich hab keinen Schalldämpfer. Scheiße. Wieso steht er hier oben, um was zu bewachen? Er sieht da eh nix, Alter. Wieso steht er hier oben, um was zu bewachen? Karte! Jetzt wissen Sie Bescheid! Zeig nur, H CCP! Jetzt ist es furchter aus. Es wäre ein... Alter! Fick you, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Oh, wenn ich die Musik gleich mal aussetze, ne? Wir haben letztens schon Probleme mit dieser Scheiße bekommen. Weil die hier Musik reinknallen, habe ich jetzt hier Tutanbieter-Scheiße hier am Start. Was kann ich denn für diese Scheißmusik, Alter? Generell sowieso YouTube und diese Musikkacke hier, ey. In keinem anderen Land gibt es solche Probleme, Alter. Alter! Stopp jetzt halt. Oh, der ist down. Noch einer. Was denn? Was ist denn da? Mach nix. Lass ihn ruhig. Stirb halt. Noch mehr Tanklos über die Seilrutsche. Entdeckung. Hey, rüber. Zeigt euch, ihr miesen Schweine. Los, los! Habt das Schwein! Achtung, Schuss, Läste. Scheiß hier. Morgang, hier ist eine Ohne Entdeckung. Ach, das ist der Rieb. Seit hier ist die Schraube. Nein! Keine Money mehr. Au! Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen money, ja? Vorsicht!